Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Nächsten Donnerstag startet die Fasnacht. Für alle Fasnächtler startet die fünfte Jahreszeit. Und was braucht man ausser guter Laune und lauten Guckenmusiken? Selbstverständlich ein schönes Fasnachtskostüm. Dazu bin ich zu Lynn Czarners Kostümverleih gekommen. Hier bei Lynn kann man seit über 50 Jahren Kostüme kaufen oder mieten. Und das für jeden Anlass. Zum Beispiel Geburtstagspartys, Theater, Silvester oder die Fasnacht. Es gibt über 4000 Kostüme, Perücken und Accessoires. Ihr könnt euch zum Beispiel als Spanier oder als Pharao oder als Pilotin oder als Burgdame verkleidet. An der Fasnacht laufen die eingefleischten Fasnächtler immer verkleidet herum. Ob in einem schönen oder urchigen Kostüm, das ist völlig egal. Hauptsache verkleidet. Das Ziel der Kostümwahl ist es, dass man etwas Spezielles hat und damit der Einzige ist. Hier wird Qualität gross geschrieben. Und denkt daran, wer an der Fasnacht unverkleidet ist, der fällt auf. Ihr habt noch eine Woche Zeit. Nutzt die Gelegenheit und kommt hier bei Lynn Tscharners Kostümverleih vorbei. Ich bin auch sicher, dass ihr etwas findet. Die Fasnachtskostüme gehören an die Fasnacht. Wie der Osterhase zu Ostern. Tschüss! Ich bin auch sicher. Vielen Dank.